Da war ich so ein paar Tage und da sind wir einlamoniert worden und nach Ausschuss, das wird genau gebracht, aber man wusste auch nicht, warum in Polen keiner hat was gesagt. Sie wird eingestoppt worden in den T-Wagons. Wir von Nivido, aber auch von unseren Freunden von Maccabi Deutschland sind davon überzeugt, wir wissen das, dass Sport und Politik immer zusammengehören und dass dem Sport in unseren Gesellschaften und in Europa eine große Bedeutung zukommt, nämlich zu verbinden, zu versöhnen und aber auch, wie sagt man so schön, Freude am Fußballspiel zu haben. Ich würde sagen, dass dieses Weekend ist sehr gut. Ich würde gerne lernen, über verschiedene Geschichten. Zum Beispiel haben wir heute über Anti-Semitismus, über World War II, über wie die Juden durchdiskriminierung und den Genociden. Ich würde gerne lernen, um das zu machen, dass das nicht mehr passiert. Wir lernen, um die Fehler zu tun, um alle zusammenzunehmen. In Maccabi, wir machen diese Arbeit alle Jahre. Wir haben den Holocaust in Israel. Dann haben wir ihnen immer gesagt, wir sagen ihnen, dass sie den Vergangenheit erinnern, denn wenn sie nicht erinnern, sie haben keine Zukunft. Aber es ist wichtig, auch wenn sie heute die Tick-Tock-Tinagern sind, und alles ist schnell. Wir müssen ihnen mehr Bildung, mehr Informationen, und es ist sehr wichtig, zu erinnern, was passiert, und zu sagen es laut, damit es nicht wieder passieren wird. Never. Du solltest in den Sporten, und es ist wichtig, dass ihr Sporten ein Weg für die Lebensmittel. Auch wenn, nachdem du auf den Peak hast, bleiben in den Sporten, für Spaß, für Spaß, für es zu genießen. Es ist möglich, machen es etwas, das du liebst, wie du es liebst, es zu lernen, es zu lernen, See other people make your way of life.